Yo Freunde, herzlich willkommen bei meinem neuen Part Let's play Aru's Awakening Wenn wir mal dabei die Aufgabe haben, nämlich Ich denke mal, das hier ist der Final Boss Und Was geht hier ab? Was geht hier ab, Freunde? So, gut, das ging Was war das denn? Das war jetzt Was? Das war ja jetzt super einfach eigentlich, holy shit Was haben wir hier? Was ist das hier? Ach, wieder mit so Noppen und so'n Gedöns, ne? Oh, wow Pass auf, Freunde, da stelle ich mich jetzt wahrscheinlich wieder super dumm an Obwohl es bestimmt super einfach ist Oh, holy shit, jaix, weg hier Nein Komm schon Ich muss da doch hoch, Mann Der goldene Ball treibt sich doch Oh, wow Der Ball treibt sich halt da hoch durch das Durch diese Bewegung Oh mein Gott, Alter, bin ich dumm? Bin ich geistig? Holy shit So Okay, jetzt Was mache ich jetzt hier? Okay Okay Oh, holy shit Oh, vielleicht komme ich da dann in so'n Noppen dran Habt ihr das gesehen, Freunde? Oh, wie knapp Ey, komm schon Hey, jetzt Leute Leute So, da muss ich noch So, Baby Komm Oh, hallo So Oh, da fehlt jetzt noch das hier So Schwupp Ab der Fisch Was haben wir denn hier? Oh, nein Was? Ich war da schon drin? Holy shit Oh, mein Gott Schnell Das klingt jetzt wieder voll gegen meine Seite Was? Was ist jetzt? Weg von dem Ding, ey Holy shit Was war das denn? So 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 Yes Geschafft So Ab der Fisch Was mache ich hier am besten? Gegen das Ding dann ballert Weg von dem Ding Wenn der sich so komisch teleportiert Muss ich weg von dem Das habe ich verstanden So Was? Ich habe mich da wieder rausgeballert Ernsthaft? Holy shit Ach komm, ich komme da nicht durch, Mann Ich glaube, ich muss versuchen Das irgendwie so unterwegs da zu schießen, oder? Ich weiß es nicht Also, dass ich dann irgendwie dann so darunter schließe Dass ich so einmal um den Ball da so rumfliege So, genau Ja Hä? Ich kann da durch? Ich kann da drin bleiben? Das ist mir zuerst krank, Freund, um ehrlich zu sein Nein Verpuzzelt Ach komm schon Teleportiert Das ist auf einmal weg, ey Holy shit Was ist da los, Freund? Da muss ich es jetzt wissen, ey Holy shit Sorry, wenn ich es oft Holy shit sage Aber das Ist echt Man kann es nicht mal anders Oh Okay Es war wirklich so, als würde nur beim letzten irgendwie Das da reinfliegen Oh, weg Also, wenn ich irgendwie Oh, komm schon Also, könnte ich irgendwie da drin bleiben Ich probiere es einfach mal jetzt Oh Okay Die Wand killt mich auch Ich würde gerne mal wissen, ob es hier irgendwas gibt, was mich nicht killt Wahrscheinlich nicht Okay Darauf kann ich auch nicht vertrauen Schön, dass wir es auch Gelernt haben Vertraue hier einfach gar niemandem Was Darf ich mir jemandem vertrauen Ist dann tot So, jetzt raus hier Gegen die Wand, ey Das ist dann nicht wahr Ich habe das Gefühl, das rechte Loch ist das schwierigste Nein Nein Das war ich vermasselt Warum Warum Das gibt es ja nicht Das gibt es ja nicht Das gibt es ja nicht Oh, das Spiel drollt mich Oh Das Spiel macht mich so Warum Oh, man Oh, man Geil, danke Ich bin da drin Und Wie Ich verstehe es halt nicht Oh, meine Güte Ich verstehe halt nicht, wie ich da drin sein kann Aber nicht, dass du mir berührt haben soll Oh Das verstehe ich nicht Oh Komm schon Ich bin auf vielzweckdisch, ey Holy shit Jetzt muss ich da wieder rein, ne Oh, schwupp Am besten spiele ich gleich einfach wieder Ganz entspannt, meine Runde Assassin's Creed Träuft mich das Spiel Das dreht sich weg von mir Holy moly, ey Das gibt es noch nicht Ich komme nicht rein Ei Ei Ach Komm schon Das kann doch nicht wahr sein Eins Ich kann da nicht mehr raus, Mann Das Spiel ist doch scheiße Ja Das gibt es doch nicht Nein, ich kann da nicht mehr rauskennen Ich kann da nicht mehr rauskennen Ich kann da nicht mehr rauskennen Hey, jei, 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 jei. Nein. 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 Will nicht. Will einfach nicht. Oh, meine Güte, dieses Spiel. Holy guacamole. Nee. 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 Wir starten. Löschen. Jei, 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 jei. Das Spiel bringt mich gleich zum Rage Green. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Also stimmt, wenn wir hier hoch noch. So. Ja, ja, bitte. Ja. Was, 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 was? Was zum Teufel ist... Was? Oh, ja, der hat es geschafft. Er hat den Clunch, aber den macht es noch ein bisschen schwieriger. Wäre gelaufen, wenn er es auch nicht schaffen würde. Ach, dieser... Wenn ich diese Spieleentwickler sehe. Ich werde mir die mal ordentlich zur Brust nehmen. Aber richtig zur Brust. Wo? Tja. Okay. Die kann ich besiegen, das weiß ich. Da warte ich jetzt bis hier. Guck mal, ich kann hier durchschießen. Oh. Holy shit. Zurück. Kommen die? Hallo? 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 Ich soll nicht von da wegkommen. Oh mein Gott. So. Wieder so wie eben. Warten. Zurück. Warten. Die Dinger killen mich halt nicht. Also diese Stiche da. Mach mal, das killt mich. Ich komm da gerade nicht in diese scheiß Lächer rein. Ich soll nicht von da wegkommen. Baller ich mich halt wieder raus. Oh, nee. Shit. Klar. Klar. Wie soll ich von da wegkommen? Wie soll ich denn mittig von dem Stich da wegkommen? Ich bin in die Wand da geschossen. Es kommt wieder alles zusammen, Freunde. Was haben wir hier? Was ist das? Oh nein, das bewegt sich, oder? Was ist das denn? Wie schnell das auf einmal geht. Oh ja. Oh, bin ich? Ich bin da drin. Ich bin da drin. Warum bist du? Oh ja. Oh, komm mal. Was? Holy moly. Was ist dir nur los? Komm jetzt mal was hier vorbei? Oh, no. Next, please. Dann wollte ich es mal elegant lösen. Oh nein, heute nicht. So. Oh. Geschafft. Oder? So. Trittmieter-Spiel wieder. Ich fasse es ja nicht. Ich muss erst mal die Orientierung bekommen. Holy shit. Oh wow. Gerade hat es auf gehört zu vibrieren. Wow. Wow. Das will ich nur mal so muss... Oh wow. Man muss einfach so vieles achten. Und das macht es so schwierig hier. Ich denke, ich finde... Ich war doch drin. Ich war doch jetzt drin gewesen. Oh klar. Spawnt natürlich... Der erste Spawnt natürlich gleich. Da wo bin ich? Erstmal weg von hier. Ich komme da nicht rein. So. Danke. Jo. Klar. So. Jetzt komm doch mal rum jetzt hier. Warum gehe ich da nicht zurück? Warum gehe ich da nicht zurück? Warum gehe ich da nicht zurück? Ich verstehe es nicht. Ich mache hier erstmal einen Cut, Freunde. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Aros Awakening, Final Boss oder irgendwie sowas. Euer Nirenia ist auch das in unseren Schritt. Yes, sir. Ich mache jetzt los. Und nicht Personal.